Hallo und herzlich willkommen zurück zur Let's Play Statue Valley. Heute wollen wir die Axt verbessern. Kurz nochmal Wahrsager. Ein wenig extra Glück, das hatten wir ja eigentlich gestern gehabt, aber naja. Morgen wieder wunderschön und sonnig. So, heute geben wir erstmal hier ein bisschen Eisen rein. Die Diamanten und alles lege ich schon mal mit hier rein. Gefrorene Geode, dazu kann Gunther mir mehr sagen. Da können wir auch gleich hin. Amethyst. Steine, ne, die kommen hier nicht rein. Der Quarz kann rein, da wissen wir schon Bescheid. Das können wir dann eigentlich verkaufen. Das behalten wir noch. Und gefrorene Geode kann uns auch Gunther was dazu sagen. Da nehmen wir mal eine nur mit. Ja, ansonsten kommt das erstmal hier rüber. Oh, das Silber lasse ich mal hier. Das kommt mit hier hin. Und dann hat eigentlich alles seine Ordnung. Oh, wir haben die Blaubeeren. Ey, das hat sich mal gelohnt. Was haben wir hier? Die Sternenfrucht. Die heiß und feuchten Klima wächst. Leicht süß mit einem Ohrsaun. Oh, die hat aber echt gute Gesundheit. Da bin ich ja schon am überlegen, ob wir die vielleicht sogar mit nutzen oder verkaufen sollten. Wird nichts gegessen, nichts verkauft. Wir müssen dann erstmal nochmal diese ganzen Teile abgeben. Mais natürlich auch. Und wir brauchen die Gießkanne. Die Gießkanne. Gießkanne da. Weil wir wollen ja nochmal das Zeug hier gießen. Zack. Ey, der Hopfen, der wächst echt prächtig hier. Das war wirklich ein super Geheimtipp, den wir da gekriegt haben. Ich glaube, da werde ich mir im nächsten Jahr doppelt so viel davon anbauen. So, jetzt fangen wir erstmal schnell noch an zu gießen. Und dann gehen wir unsere ganzen Aufgaben erledigen. So, einmal. Zweimal. Ja, so ist unser Eisen schon mal fertig. So, zack und zack. Einmal. Ja, ich weiß, im Endeffekt sind es bloß die Ecken, die hier. Aber da brauchen wir bessere Sprenkelanlagen, damit das auch klappt. So, zack und zack und zack. Und hier nochmal. Sehr schön. Das kann wieder rein. Die Axt nehmen wir mit. Die wollten wir heute verbessern. Das können wir verkaufen im Endeffekt. Wir brauchen noch einmal Eisen. Und das Hopfen, den Hopfen verkaufen wir jetzt mal komplett. Brauchen wir jetzt nicht nochmal. So, die Blaubeeren und alles. Da werden wir erstmal reingehen. Moment. Gefrorene Träne. Hatten wir die jetzt schon? Da muss ich jetzt mal schnell nachgucken. Hatten wir die schon abgegeben? Oh, und das? Den Pilz haben wir auch noch nicht abgegeben. Wäre ja eigentlich ein Herbstding gewesen. Aber okay. Brombeere. Gut, dass wir mal mitnehmen, ne? Aquarium seht ihr ja, was ich da schon gesammelt habe. Heizraum. Da hat man doch auch so einen Teil mitgenommen, ne? Lohnt sich. So viel zu tun hier. Ähm. Davon ist noch nichts fertig. Heizraum. Tresor. Haben wir eigentlich schon alles abgegeben, ne? Gefrorene Träne. Weiß ich jetzt nicht, wo die nochmal war. Aber ich glaube, die hatten wir auch schon. Ja. Bringt nichts. Wir haben das schon. Ach, hier war's. Mensch. Ja, die können wir bei Gunther abgeben. Gut. Dann wollen wir mal. Haben wir jetzt das Teil mit? Ja. So, eigentlich quasi vieles für das Gemeinschaftszentrum mit dabei. Und wir müssen dringendst vorher nochmal ins Badehaus gehen. So viel, was wir vorhaben. So viel, was wir vorhaben. So, jetzt gucken wir mal. Dürfen wir uns auch nicht so viel Zeit lassen, wegen dem Schmied. Der macht immer so zeitig zu. Pilze haben wir nicht. Hier haben wir noch gar nichts. Hier drüben müssen wir auf jeden Fall hin. Brauchen wir nicht mehr den 99 Schleim? Kleiner Magnetring. Oh, den können wir direkt anziehen. Sehr schön. Der ist gut. Der ist auf jeden Fall sehr gut. Bleibt nur noch das Feuerquartz. Und wenn wir das haben, da haben wir den kompletten Heizraum fertig. So, jetzt gehen wir mal in die Speisekammer, weil da war auch einiges zum Abgeben. Zum einen unsere Sommerartikel. Das und die Melone. Für acht Felder um sich herum. Okay. Aber noch nicht die bessere. Das kann ich mir, glaube ich, selber mit herstellen, ne? Doch, das ist schon die bessere. Also um sich herum die acht Felder. Ja, logisch. Ja. Nee, cool. Da würde ich schon fast sagen, machen wir die mit da hin. Aber ich glaube, da kommen wir gar nicht rein. Naja, gut. Was noch? Herbstlanzen war doch was. Nee, das war nicht hier. Dann war es ganz unten, oder? Ich hatte doch was gelesen mit, ähm, Pilzen. Ich gucke jetzt nochmal hier. Ich gucke jetzt nochmal hier. Ja, hier war es. Ah, der braucht jetzt nichts weiter, ne? Ne, den Rest, den haben wir ja nicht. Gut. Gut. Dann jetzt auf unsere Axt erstmal verbessern. Den Mais, glaube ich, da brauchte ich das goldene Teil, wenn ich das jetzt noch genau in Erinnerung hab, ne? Das waren die Qualitätsprodukte. Ah, da bringt mir der Mais leider nichts. Der muss ich den verkaufen. Aber wir haben schon mal die Blaubeere jetzt schon mal mit abgegeben. Das ist schon mal was Gutes. Hat er nicht gesehen. Hat er nicht gesehen. So, fünfmal Eisen haben wir auf jeden Fall mit. Können wir gleich mit abgeben. So, einmal, bevor wir zugunter gehen. Werkzeuge verbessern. Einmal die Stahlaxt dann bitte. Die paar tausend fünfhundert. Nicht mal ganz. Fünfhundert kriegen wir ganz schnell wieder rein. So, jetzt geben wir mal noch was bei Gunther ab. Auch wieder nichts in der Mülltonne hier drin. Tja. Man muss sehen, wo man bleibt, ne? Gut. Immer noch keine Belohnung für uns. Den Rest können wir quasi verkaufen, außer die Sternfrucht. Auch die will ich behalten. Hm. Bisschen leer beeindrucken. Moment mal. Grün schon? Zwei Herzen? Da kommen wir ja bald zu der mit in die Wohnung rein. Wenn es nicht jetzt sogar schon geht, ne? Ah, bei ihr stehe ich momentan schon am besten mit. Wo wir noch gut stehen müssen, ist, äh, Marnie. Da müssen wir, wie gesagt, bald ins Schlafzimmer mit rein. Nur kurz. Um die Shorts rauszuholen, weil der Bürgermeister sich mal wieder nicht traut. Aber bei der werde ich später mal Eindruck schinden. Die mag eigentlich dasselbe wie Lea. Also viel, was mit Blumen und Pflanzen zu tun hat. Kann weg. Kann weg. Kann weg. Weg, weg und weg. Brauchst jetzt nicht mehr. Gut, also die Stahl-Axt wird jetzt abgebaut. So. Sehr gut. Wir können uns auch demnächst noch so eine Mayonnaise-Maschine bauen. Da gucke ich mal. 15 Holz, 15 Steine, ein Kupfer und ein Erdkristall. Erdkristall-Klubbisch hatte ich auch. Bloß das mit den 15 Steinen war so ein bisschen kritischer. Äh, mit dem Holz. Neun Holz haben wir nur. Das wäre so eine Option, die könnte ich mir dann auch für die nächsten Male mit offen halten. Na, gar nicht so verkehrt. So, aber wir gehen jetzt erstmal, denke ich mal. Aha, da müssten wir diese Idee nicht mehr machen. Tauschen das jetzt mal aus durch den besseren Sprinkler. Der würde das hier alles machen. Drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, ne? Alle Felder eigentlich ringsherum. Und den machen wir jetzt einfach mal hier mit hin. Ah, da haben wir die Hälfte vom Hopfen schon mal dann weg. Gut, die Eier verkaufen wir jetzt noch. Und dann ab ins Badehaus. Erstmal uns nochmal gut gehen lassen, bevor wir dann weiter in der Mine auf Action gehen. Und wenn wir dann Glück haben, können wir uns dann schon bald die Axt wieder abholen. Bis dahin habe ich dann auch wieder ein bisschen geangelt. Und dann haben wir genug Gold zusammen, um uns endlich mit dem Hartholz auch den Traum vom Pferdestall zu genießen. Ja gut, so groß ist der Pferdestall im Endeffekt nicht. Achso, wir wollen erstmal ins Badehaus. Sonst hat die Tour ja überhaupt keinen Sinn. Aber die Spitzhacke wäre dann auch nochmal eine Option wegen Verbessern. Ich würde aber lieber erstmal unseren Pferdestall bauen. Bisschen schneller unterwegs. Es sei denn, wir kriegen diese netten ja, Bahnen oder wie man die nennt. Repariert. Das ist aber auch bloß, Moment, Speisekammer, Handwerksraum. Brückenreparatur. Lorn. Genau, das aber auch nur, wenn wir diesen Feuerquarz kriegen. Also das fehlt ja im Endeffekt auch nicht mehr viel. Das wäre eine gute Idee. Also wir sind jetzt sowieso nochmal unterwegs. Wenn wir jetzt nochmal an die tieferen Etagen kommen. Gucken wir mal, wie weit wir heute reinkommen. 17.10. Heute ist etwas später als gestern. Naja, die Zeit vergeht immer schneller an der Mine, ne? Aber so eine Sternfrucht, die ist doch geil. Da muss ich mal gucken, ob ich mir vielleicht dann noch mehr davon hole. Aber die braucht halt ihre ganze Zeit, bis er fertig geblüht ist. wird uns auf jeden Fall helfen, wenn wir jetzt versuchen, weiter in der Mine vorzudringen. Gucken wir mal, wie weit wir heute kommen. Also, auf in die 55. Etage, bis zur 57. sind wir gekommen. So, jetzt müssen wir einfach mal gucken. Zum Glück noch keine Monster da. Ja, außer wieder mal ein schöner Geist. Freue ich mich, wenn ich dann eine bessere Waffe habe, um den fertig zu machen. Gehen jetzt einfach mal weiter runter. Kohle! Yeah! Und da ist wieder der Geist. Verfolgt uns hier richtig. Geh weg! So! Ihr habt ja gesehen, der Geist geht zwar tot, aber das dauert. So! weiter geht's. Weiter geht's. Ich hoffe, der kommt hier nicht schon wieder. Doch! 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 So! So! Jetzt gehen wir mal hier weiter. Ah! Fledermäuse! Ich hasse das Vieh. Vor allem, weil du es auch so, mit der Waffe so schwierig tot kriegst. So! Okay! Weiter, 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 weiter! Geh weg! Es ist wirklich anstrengend, wirklich, äh, super Mahlzeit! Vor allem, weil das aber auch so viel Zeit frisst, na? Diese ganzen Monster, die hier jedes Mal auftauchen. Eieieieieiei! Eieieieiei! Ja, noch mehr Fledermäuse, wir haben ja nicht schon genug, ne? Och, endlich! Noch ne Fledermaus, ja, ich bitte drum. Ja, coole! Und das Schlimme ist, wir haben es jetzt, äh, Etage 58 und haben es schon wieder so spät. Einfach, weil du hier immer wieder aufgehalten wirst. Fledermaus, geh weg! Husch! Endlich! Ja, ich weiß, es ist spät. Wir hauen ja schon ab. Ernsthaft? Da drüben war so ein Teil? Nee, das ist mir zu riskant. Na, ich muss ja wieder zurücklaufen. Wir sind jetzt schon viel zu spät ran. Schneller, 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 schneller. Beilung, lauf, lauf! Ah, wir schaffen es nicht. Ah. 2 Uhr morgens. Level up! Neue Herstellung, Kriegerring. Guck mal, wie viel ich jetzt verloren habe. 10.000 haben wir zumindest zusammen. Jetzt gucken wir mal, wurde uns was geklaut. Ja, 959 Gold. Für einen Joja-Mitarbeiter. Ganz schön teurer Service. Naja, gut. Wir haben jetzt erstmal wieder unsere 10.000 zusammen. Wie es hier dann weitergeht in der nächsten Folge, ich freue mich auf euch und sage schon mal bis dahin, euer Buddy und Ciao. Tschau. 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 Tau. 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 Bis zum nächsten Mal.